hallo leute und herzlich willkommen zurück hier bei flashlights und mit dabei ist natürlich der moin moin faustus der moin moin aber ich habe immer noch einen grünen punkt faust stimmt dann fahr mal dahin ja der ist aber hier wo ich stehe ach so ich sehe zwei kreuz weiter nach rechts sehe ich im grünen punkt da vorne meint bei dem polizei auto hier genau ja aber hier ist tote hose ist ja schon alles abgearbeitet ja ich befürchte auch weil du die eine rolle eben verloren hast dass wir keinen neuen auftrag kriegen ja doch wir haben ja schon einen neuen geschichten person mit schusswaffe ach so ich habe mal aktuellen ja dann ist er geflohen dann rennt er irgendwo rum dann würden wir das aber sehen ja aber nicht hier so eine kürze nach vorne habe ich nun ja aber da habe ich keinen gesehen wenn du da ein sie ist okay da steht immer noch das polizei auto mitten auf der kreuzung und mehr nicht genau so geht es mir auch aber da ist hinten verdächtiger drin er soll den weg fahren und wird der auftrag ja nicht fertig du kannst du noch nicht mal erschießen den typen da drinnen stand down nee ah komm jetzt sind ein anderer damit ja dann funktioniert wenigstens er hat sich der wieder geholt aber diesmal fährt damit ja fahr mal hinterher kann ich den kicken keine ahnung wir sind wir sind nur noch acht spiele hier was los hier ist ja voll leer aber da sind sie gut steht immer noch gut am eingang hier hat das spiel verlassen der robert man robert geht doch nicht ja was ist denn jetzt hier jetzt der auftrag weg na gut sehr gut dann können wir jetzt ja mal vielleicht die nächste idee bewaffnete raubüberfall und zwar fährst du auf die autobahn links 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 ja fang geradeaus fang geradeaus bis zum letzt hier links 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 ja bin ich doch da sie ist auf der karte die anderen bullenautos ich weiß einfach hinterher wir sind eh zuerst da voll langweilig wenn man zu vielen unterwegs ist dann ist das viel zu langweilig ja das stimmt bock mal da wir werden überholt was haben wir eigentlich für ein auto das ist ja voll langsam so langsam ist es eigentlich nicht es wird auch unnach aber der überholt uns ja ja ich fahr aber auch zu ruckelig lenke zu viel das heißt wir kriegen niemals unsere volle geschwindigkeit weißer wir fahren jetzt mal ja und 33 brüllen autos sind vor uns oder 43 weg da waffel ziehen wo ist er so fertig wir können wieder fahren das ist unser auftrag hier ich habe erstmal minus 25 punkte fürs erschießen bekommen ist schon vorbei jungs ist schon vorbei haut ab ist unser auftrag verpisst euch mann die lassen mich nicht mal mehr raus hier ach jetzt fordert der krankenwagen an obwohl du das ja eh schon getan hast ne ja der ist er ja schon der woher kommt der krankenwagen cold for clean for ims 10 4 warum schreiben die immer so zahlen was bedeutet das naja also wenn du wenn du halt richtig richtig hart hier so spielst ne und du weißt ganz genau was du tust dann gibt es halt diese codenamen dafür ne ja aber wo haben die idee her äh ja das sind halt echte codenamen code 4 heißt wahrscheinlich äh raubüberfall beendet mit schusswechsel keine ahnung weißt du sowas zum beispiel also der amerikanische polizei code für mord ist 187 das weiß ich ey da kommt wieder was woher weißt du sind sowas alter ja ob ich sowas weiß so einmal drehen die anderen brauchen gar nicht drehen wir sind eh wieder erster weil ich wieder volle pudel durch euch durchfahre weil der eine hat schon gedreht und der andere steht hier rum dann hole ich schon einen den anderen bezweifle ich aber ok nur vertu dich nicht if you are alone aha na dann und da auf 12 ah 12 001 deswegen vielleicht ne ja keine ahnung you can open my door what the fuck soo aber da ist schon bullen glaube ich am einsatzort aber es sind definitiv zu viele bullen heute am start ja das ist äh ist das problem weil normalerweise also wir müssen muss ich ganz ehrlich sagen macht die polizei tatsächlich sehr viel spaß ja deswegen sind auch so viele bullen aktiv ja ja wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da aber da sind eh schon andere also von daher ach ist das ekelhaft irgendwo da hinten am hohe fern das problem ist er braucht ewig lange bis er mal einen rückwärtsgang einschalten mhm ich wollte durch die durch die ecke hier weißt du so der hat den auf jeden Fall ja der hat aber den einen festgenommen vielleicht sollten wir den anderen mal eben und nochmal hier ne zack körper durchsuchen you bitch gut ach guck mal der bringt den sogar bei uns rein ja nice dann bringen wir den mal weg weil der ist ja auch so weit ey ist ja auch soweit ne ach guck mal ich bin da hab ich jetzt gar nicht geblickt ey hättest du ja auch zu Fuß hier rüber bringen können jungen er hätte nur keinen bock die hin zu bringen das ist alles so zack 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 bumms weg ist er und der Faust ist fährt erstmal sein Auto beiseite jetzt mal parken hier ach der sitzt schon wieder in der Karre ähm ja wir haben keinen Auftrag ne jetzt gerade leider nicht wir fahren ein bisschen Streife ne jaja irgendwo vielleicht ah da überfall überfall läuft äh wir müssen wir müssen wir müssen oh ist gar nicht weit weg rechts nächste rechts äh falsch links oh was denn jetzt äh dix ne hier rechts ach fahr da lang auch gut Straße einen verfolgen und dann fahr mal auf zu da ist schon wieder einer da ist schon wieder einer gibt's doch nicht ey voll die Zecken ey wo ist denn das lad doch mal nach die Kacke hier zack zack aktion filzen ausweis gestohlenes handy ah ja handschellen ähm aktion greifen aktion greifen ja ja warte ich komm mir entgegen ja bleib stehen abmarsch abmarsch geklautes handy die sau doch warte mir Drecksau das gibt mindestens einen halben Tag Knast ja mindestens ich hab mir aber gar nicht den Ausweis von dem Typen angeguckt Befehle nach Ausweisfrauen Piepates einmal mit Profis weißt du ja das wär aber dann langweilig das stimmt so komm mit Junge so Auftrag erledigt ja sehr schön meine Hand ist immer noch da ja jetzt nicht mehr hört mal locker Junge ich war ja schon weg viel zu viele Bullen 28 Polizeiautos hier weißt du oder liegt einer auf der Straße ich sehe keinen ich sehe keinen da Officer Pro Unterstützung weggezogen so wir müssen auf die Autobahn also geradeaus ich weiß jetzt gerade nicht welcher Fall da wir sind ja genau passt ja genau fahr einfach da passt irgendwo runter dann oder nein bleibt auf wir sind auf wir bleiben auf der Autobahn ja okay sieht auch so aus als wäre das auf der Autobahn ja und wir dürften auch die Ersten sein aber wir waren die ganze Zeit die Ersten ja gut der eine wenn der jetzt ich glaube der kommt anders ran wenn ich das so sehe auf der Karte viel zu viele Bullen ja auf jeden Fall also muss ich ganz ehrlich sagen da sollte es irgendwie eine Begrenzung geben man ist ja fünf Leute weiß ich jetzt mal irgendwie äh zehn Leute auf dem Server dass man irgendwie so ein Mittelmaß findet ja maximal vier vier pro ja zum Beispiel wie nennt man das Beruf ja meinetwegen der rennt schon wieder weg hä wieso fällt denn der um weil der andere auf den geschossen hat ich hab gar keinen Schuss gehört könnt ihr euch wieder verziehen wir haben ja alles nur Kontrolle so was hat der denn bei Ausweis und Waffe Befehlen Ausweis das ist der Elvin Carsten prima Aktion äh greifen ja bleib doch mal stehen ja entschuldige ich wollte ja nur schon mal drehen aber krieg die Tür gar nicht auf na die schon so grad sagen steig jetzt aus so einmal zum Bullen Wache bitte das können wir auch ohne blaulicht so genau das ist einfach geradeaus richtig ja aber wenn man so sieht mit den anderen zusammen da wenn da so zwei drei Leute mit dabei sind ist das schon macht Spaß ist das schon nicht schlecht macht schon Spaß vor allem kommt doch so ein bisschen der Anreiz ne erster zu sein und so weiter und so fort ja auf jeden Fall bisschen bisschen viele Bullen immer noch oh wir sind wieder mit neun Spielern davon sind sieben Polizisten ok aber es trotzdem irgendwie hat das jetzt die Polizei Mission hier Spaß gemacht finde ich tatsächlich ja also war ein bisschen auch wenn die Aufträge alle sehr ähnlich oder fast alle gleich waren Officer braucht Unterstützung das war ja sehr häufig jetzt in den drei Folgen wo wir die Polizei spielen ähm ja ja diese Überfälle auf diese Geschäfte also so Autodiebstahl wäre jetzt mal geil ne mit Autoverfolgung oder so ein Kram gibt es tatsächlich aber auch haben wir schon gemacht oder kombinierte Einsätze Brandstifter da muss auf jeden Fall die Feuerwehr kommen und der Brandstifter muss natürlich von der Polizei gefasst werden ja zum Beispiel genau vielleicht auch noch mit Krankenwagen so wo geht es hier in Park sind ja ich bin nämlich im innenansichtbereich also das zeige ich auch mal ein bisschen so greifen wir kommen so registrieren und zack ja perfekt auch wenn jetzt also wir werden jetzt keinen Auftrag mehr annehmen weil wir sind schon wieder über wir sind schon wieder fast bei 15 Minuten bis wir den Auftrag gelöst haben es dauert zu lange ja ähm nicht desto trotz macht dieses Spiel schon irgendwo Spaß vor allen Dingen als Polizist aber wie ihr seht wenn ihr einen Server findet wo weniger Polizisten drauf sind geht drauf aber ansonsten hier ist viel zu viel los gerade ähm ja wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten drei Missionen da wahrscheinlich dann bei der Rettungseinsatz oder Rettungsdienst Rettungsdienst ne Sanitäter Sanitäter genau gut wir bedanken uns fürs Zuschauen würde sagen wir sind raus alles klar kommt da rein bis dahin Ciao Ciao